Die Top 5 besten Gewürzregale in Schwarz Ich habe das Dekohaus Gewürzregal mit Gewürzgläsern gekauft und bin absolut begeistert davon. Das dreistufige Metallregal ist perfekt für meine Küche und bietet ausreichend Platz für meine Gewürze. Das Set enthält 24 Gewürzdosen, 48 Etiketten, einen Pinsel, einen Trichter und Haken zum Hängen. Das Regal kann entweder als Standregal oder als Hängevorrichtung genutzt werden. Die Qualität des Produkts ist großartig und sieht in meiner Küche sehr stilvoll aus. Ich kann es jedem empfehlen, der auf der Suche nach einem funktionellen und ästhetisch ansprechenden Gewürzregal ist. Ich habe das Nettl Multifunktional Gewürzregal für meine Küche gekauft und bin sehr zufrieden damit. Das Regal besteht aus rostfreiem Stahl und hat zwei Etagen, auf denen ich meine Gewürze ordentlich und übersichtlich aufbewahren kann. Zusätzlich gibt es einen Utensilienhalter, einen Schneidebretthalter und Haken, um Küchenwerkzeuge aufzuhängen. Das Regal sieht in schwarz sehr modern aus und nimmt nicht viel Platz auf meine Arbeitsplatte ein. Ich kann das Gewürzregal jedem empfehlen, der nach einer praktischen und ästhetischen Aufbewahrungsmöglichkeit für seine Gewürze sucht. Ich bin total begeistert von meinem neuen Vidor Gewürzregal. Das Vierer Regal ist super praktisch und lässt sich ganz einfach ohne Bohren an der Wand oder an der Schranktür befestigen. Dadurch habe ich jetzt viel mehr Platz auf meiner Arbeitsplatte und in meinen Schränken. Das Regal sieht auch noch super stylisch aus und ist in schwarz ein echter Hingucker in meiner Küche. Ich kann das Vidor Gewürzregal auf jeden Fall weiterempfehlen. Ich bin sehr glücklich mit meinem neuen Gewürzregal aus Metall. Es sieht sehr stilvoll aus und ist praktisch, da ich keine Löcher in meiner Wand bohren musste, um es zu befestigen. Die Größe von 29 x 6 x 6,5 cm ist perfekt für meine Küche und bietet ausreichend Platz für meine Gewürze. Ich bin auch glücklich mit dem Preis für zwei Stücke. Insgesamt bin ich sehr zufrieden mit meinem Kauf und empfehle es jedem, der ein einfaches, aber schickes Gewürzregal für seine Küche sucht. Ich bin sehr zufrieden mit diesem Gewürzregal. Es sieht stilvoll und elegant aus und passt perfekt zu meiner Küche. Ich habe mich für die Variante ohne Bohren entschieden, da ich keine Löcher in meine Wand bohren wollte und es hat problemlos geklappt. Das Regal bietet genügend Platz für meine Gewürzgläser und der zusätzliche Küchentuchhalter ist sehr praktisch. Das Material ist hochwertig und robust. Alles in allem ein tolles Produkt, das ich sehr empfehlen kann. Denken Sie daran, dass es weitere Informationen und Produktlinks in der Videobeschreibung gibt. Wir sehen uns im nächsten Video.